Willkommen zurück beim Terrenkonflikt. Und bevor ich jetzt mal anfange, wir sind in Schatzkammer und haben hier eine Baumission. Mein Besitz Schiffe. Und zwar der Ghost Rider hat mir im Discord erklärt, wie das mit dem Bohrer funktioniert. Und da will ich mal ganz schnell gucken, ob ich hier auch alles richtig gemacht habe. Hier ist er. Baue Mineralien ab. Aha. Er macht also was. Er baut Mineralien ab. Abladen soll er in Omikron-Lyree. Und hat im Frachtraum 12 Erz. Also er macht was. Er macht was. Er befindet sich gerade in Nathans Reise. Da müsste ich gleich mal gucken. Finde auf Sektorkarte. Genau. Er ist in Nathans Reise und er baut ab. Und ausgerüstet ist er eigentlich mit allem. Hier ist die Kampfsoftware 1. Erkundungssoftware. Mineralien-Kollektor, Mineralien-Scanner, Navigationssoftware, Spezialsoftware. Genau. Und ist ausgerüstet mit mobilem Bohrsystem. Sogar zwei Stück. Doppelt hält besser. Aber ich glaube, der wird nur eins nutzen. Aktion nichts. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Wertsachen stets bei sich zu tragen. Warum ist seine Aktion jetzt nichts? Hm. Normalerweise sollte er jetzt scannen. Oder ich setze ihn nochmal direkt auf Scannen an, dass er den ganzen Sektor komplett durchnimmt. Und lass ihn danach dann nochmal. Genau. Kommando-Konsole, Navigation, Asteroiden scannen, Mini-Asteroiden inspizieren in gute Reise. Kommando akzeptiert. So, jetzt machst du Fliege zur Position. Alles klar. Und der Zweite, der unterwegs ist... Ach! Die Machete ist hier auch unterwegs. In Nathans Reise. Dann hat sich das mit dem Superborea erledigt. Das macht ja die Machete schon. Kommando. Kommando-Konsole. Äh... Spezial. Baue Mineralien ab. Erz. In Nathans Reise. Kommando akzeptiert. Gut. Also... Die Machete scannt hier. Da warte ich dann, bis irgendwann ein Ergebnis rauskommt. Und der Superborea baut Mini-Asteroiden ab. Hoffe ich zumindest. So. Dann würde ich sagen, können wir hier anfangen. Ich lass sie jetzt erstmal machen. Und vielleicht kommt ja dann irgendwann mal eine Rückmeldung, dass sie Erfolg haben. Wir haben hier ein Termin bei Sairin Collard. Klingt nach ein Terraner. Welcher Teufel reitet dich? Ja. Terraner. Es gibt Arbeit, die Ihnen gefallen können. Übermittele jetzt die Informationen. Übernehmen Sie den Auftrag? Eine Gewächsstation M für 1,2 Millionen. Achtung! Andokrampe 9 ist ab sofort wegen Wartungsarbeiten geschlossen. Eine Gewächsstation M in Obikon-Lyree. Warte, warte, warte. Ey. Ich will zurück. Welcher Teufel? Ach, ich bin froh von Ihnen. Übermittele jetzt die Informationen. Sind Sie interessiert? Zwei Stunden. Kann ich mit Leben. Gut. Mein Besitz? Orca. Au, hat den schon wieder nach Hause geschickt? Tiger. Orca. Schatzkammer. Ah, jetzt muss ich gucken. Warte, warte, warte. Jetzt muss ich gucken. Nein. Das ist Telari. Warte, Telari war PT&I. Telari. Info. Gewächsstation M. Da ist er. 300.000. 1,2 kriege ich. Alles klar. Äh. 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 Hatt ich hier nicht eben noch einen Orca gehabt? Kommando. Kommando. Konsole. Navigation. Springe und fliege zu Station. Oh, der hat nur noch 810. PT&I Hauptquartier? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Und hier habe ich zwei Missionen. Und Kampfmissionen. Na, mal gucken. Okay, die... Die Mission ist unterwegs. Wow. Was haben wir hier noch im Angebot? Sie sprechen mit dem automatisierten Kommandant. Was soll sein, Will? Ich hätte da... Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? ...ein herrenloses Schiff zurückbringen innerhalb von einer Stunde. Einer unserer Piloten muss sein Schiff zurücklassen. Ah, ich habe, glaube ich, kein Cephyr in der Nähe. Tut mir leid. Das wäre eine Mission für ein Cephyr. Kahuna Presse. M. Gamma. Kahuna Presse. 378 schnell bin ich schon. Haha. Mal sehen, ob ich mir bis auf 400 kriege. Freie Argon-Handelsstation. So. Sie sprechen mit dem automatisierten... Wir haben... Ich übermittele jetzt die angeforderten Informationen. Für diese Mission müssen Sie nicht... Ja, ja. So eine Kampfmission wäre eigentlich mal wieder treu. Sie sprechen mit dem automatisierten... Bann. Hallo, Bann. Ich hätte da etwas... Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Nein. Kein Schmuggelfahnder. Kein Schmuggelfahnder. Nicht für mich. Die Mission mag ich nun wirklich nicht. So. Eigentlich bräuchte ich noch mehr Frachter. Oh, warte mal. Wo war die Station? Handelshafen, wa? Ich will mal gucken. Jetzt, wo ich weiß, wie ich sie mir ansehen kann. Handelshafen. Da ist sie. Handel. So, jetzt will ich mal gucken, wie die Frachter hier sind. Der hier zum Beispiel. Genau. Hundertfünfzig schnell. Vier mal 25 Megajoules-Schild. Ja, dreihundert Einheiten. Hahaha. Danke. Aber nein, danke. Waschi. Neunhundert Einheiten. Brauche ich gar nicht erst gucken. Milan. Ja. 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 er ein schild ach so vier mal zwei gigajoule schild er könnte meine orca ersetzen aber 8000 wie sich gar nicht wie viel die orca hat träger 96 schnell was kostet er 24 millionen hat sich erledigt corvette nein wenn er will ich ein frachter haben hat er gar keinen außer die beiden wo die taugen nix zerstörer eingehende nachricht 5 x 2 gigajoule schilde der zerstörer hatten st größe kannst du also kanzeln rundherum kion im ach soja gut hat sich erledigt ihr orca hat seinen auftrag beendet handel gewächsstation ja sag ich doch die kostet schon die schon 11.000 groß da sind die 8000 für den frachternwitz thema erledigt kommando kommando konsole navigation springe bitte nach omikron und fliege wieder irgendwo hin kommando akzeptiert so und ich werde mich dort auch blicken lassen sprung antrieb wird geladen ich habe die bohe gefunden ist gleich hier nebenan 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung initiere sprung er reiche system omikron lyre kontrollzentrum also genau wo wir bist du denn argon militär serberus kontrollzentrum alpha so andock erlaubt andock autopilot deaktiviert jetzt darf ich danke andock vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt so orca kommando kommando konsole spezial station aufbauen gewächsstation m da oben ist er navi bohe nein dort bitte kommando akzeptiert ja passt eingehende nachricht sie bekommen 1,2 millionen so und ich schicke ich jetzt nach hause springe und fliege zu station und erlaubnis erteilt kommando akzeptiert sie haben sich gut geschlagen ja das war auch ein harter kampf so ich bin in bereitschaft warum bist du in bereitschaft du bist universumshändler tausend sonnenblumen na gut ich schicke ich einfach nochmal los kommando kommando konsole handel kommando akzeptiert startuniversumshandel autosprung ja so kaufe waren soja grütze soll mir recht sein sie zu dass diese die sonnenblumen verkaufs jetzt wollte ich gucken trantor kampftender da ist er äh energiezellen energiezellen transferiert kommando kommando konsole navigation springe und fliege zu station schiffswerft genau der wird die orca auftanken sie sprechen mit dem automatisierten kommunikations ja los sie zu wie du wegkommst sie sprechen mit dem ob welcher teufel reit knapp übernehmen sie den auftrag nein übernehme ich nicht argon schiffswerft ich will wieder einen kampfauftrag machen argon schiffswerft mal gucken eigentlich will ich ja die szenen und ali in betrieb nehmen was habe ich jetzt an geld 40 mille sobald ich 44 oder so zusammen habe werde ich mir eine orbitale station ausrüsten und damit hier omikron luray blockieren das ding gleich genau vorne vor den hier vor die sektor tür stellen hat die schiffe die hier durchkommen oder ich stelle sie hier drüben hin dass sie die station besser schützen kann mal gucken wahrscheinlich hier dass alle schiffe hier rein kommen erstmal in meine orbitale kampfstation rennen so sie sprechen mit dem automatisierten kommunikation benötigen eventuell werden sie es ein wenig schwierig finden möchten sie mit dieser aufgabe einen guten profit ja wir kämpfen wir kämpfen wow 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 also gut eingehende nachricht legen sie den typen um hey 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 ok noch kein lied eine mene muh sprungantrieb wird geladen kenne ich grüne schuppe noch gar nicht 30 40 50 doch gescannt habe ich sie schon 70 80 90 ich werde gleich ein satellit aussetzen erreiche system grüne schuppe eine karacke warte mal da werde ich erstmal die waffen scharf machen ost tor sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 60 70 80 90 iniziere sprung erreiche sie poltergeist rakete installiert pirat karen rakete installiert haben wir zentau zentau moment bitte noch eins endlich mal wieder als belohnung erhalten sie 5000 credits taure nummer 2 wow 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 weg mit der karacke warte mal so wo ist das warte mal machen wir auch noch die kleine weg Das ist die Karacke. Und das ist Adler. Von wegen Anfänger. Das war keine Anfängerrakete, mein Freund. Die hat nicht getroffen. Wo ist er? Da oben. Ach, die ist auch unterwegs. Hier sterben wir, Anfänger. Lass mich raten, das ist ein erster Tod. So. Und jetzt kommt... Karacke. Oh, scheiße. Scheiße. Da. Ein Bundeskreuzzug? Da ist aber nichts zu sehen. Pirat Falke. Ich entkam und fliege jetzt zur Erzmine. Okay. Eingehende Nachricht. Schon wieder? Grüne Schuppe. Ah, fuck. Hä? Wo wird mein Schiff angegriffen? Ich denke, grüne Schuppe. Ende der Klarheit. Nein. Der ist sicher. Da. Reugs Vermächtnis. Der ist auch sicher. Mein Nachrichten-Logbuch. Eingehende Nachricht. Wurde attackiert. Wurde attackiert. Und fliege jetzt... Okay, du bist entkommen. Jetzt mache ich erst mal die. Die Karacke fertig hier. Der ist viel zu weit weggeflogen. Erweiterte Optionen. Waren Austausch mit Orca. Energiezellen. Energiezellen transferiert. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Locker an. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Wie weit bin ich weg? 20 Kilometer. Wurde attackiert. Wurde attackiert, wurde... Ich werde die Piraten alle platt machen. Gunniskreuzzug, Gunniskreuzzug. Alle drei in Gunniskreuzzug. Universumshändler 1, 18 und 5. Alle in Gunniskreuzzug. Gut, dann werde ich mal in Gunniskreuzzug Party machen. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Robo. Jetzt habe ich gerade versucht, zwei Taktik gleichzeitig zu machen. So. Genau. Dann machen wir die Taktik. Okay. Okay. Oh, die Rakete hat nicht getroffen. Na gut. Ja. Absichtigt. Gespenst-Poltergeist-Rakete. Installiert. Gespenst-Rakete. Installiert. So. Ich hoffe, dass ich das Abwehrfeuer jetzt wieder auf die Poltergeister. Konzentriert. Und die Großen durchkommen. Zack. Die Große hat eingeschlagen. Zweite Große hat eingeschlagen. Dritte Große hat eingeschlagen. Jetzt schlagen die Kleinen ein. Poltergeist-Rakete hat sich selbst zerstört. Vierte Große schlägt ein. Fünfte Große schlägt ein. Ah. Wow. Eingehende Nachricht. So. Die Regierung möchte sich herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch. Und jetzt geht es nach Günders Kreuzzug. Ach Mist. Daneben. So Freunde. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%. 90%. Initiere Sprung. Aber es stand nicht da. Die Schiffe sind alle entkommen. Stand nirgendwo. Erreiche System. Gunes Kreuzzug. Dass eines zerstört wurde. Gespenstrakete. Installiert. Pirat. Bussert. Genau. So. Da werde ich die Station hier aber besser absichern müssen. Morgen. Na? Wie geht's euch? Wow. Die haben ja Flammschleudern bei. Pirat. Falke. Pirat. Buster. Frachter. Friss. Mit ihnen gibt es keine Verhandlungen mehr. Okay. Verhandeln wir nicht. Wir haben alles verloren. Ja. Nein. Pirat. Buster. Pirat. Buster. Nein. Nein. Sie ist die Amine. Fürs Protokoll. Ich habe versucht friedlich zu sein. Die haben meine Frachter angegriffen. Eine Disruptor-Rakete. Disruptor-Rakete. Halt. Da drüben. Eine Disruptor-Rakete. Die kann ich gebrauchen. Das drüben. So. Ja. Dann hat sich das hin und alle erst mal... Frachtraum enthält nun Disruptor-Rakete. Erledigt. Eingehende Nachricht. Dann werde ich hier absichern. Und hier eine Kampfstation hinbauen. Flammschwert-Rakete. Naja. Das übliche halt. Gut. Aber das werde ich alles nächstes mal machen. Kampftender ist wieder zu Hause. Okay. Asteroid. Hä? Kontrollzentrum. Alpha. Ionplasma-Schnellfeuergeschütz. Immer noch nicht fertig. Hast aber genug Ressourcen, mein Freund. Gut. Gut. Dann werde ich hier erstmal andocken. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, wie wir hier Ordnung reinbringen. 43 Millionen. Das reicht für eine kleine Kampfstation. Na, mal gucken. Kriegen wir hin. Aber vor allem, ich brauche die Frachter. Damit, äh... Günteres Kreuz... Äh, Quatsch, nicht Günteres Kreuz. Um ein Grauen Lürey endlich läuft. Ja, das wird wahrscheinlich doch Priorität haben. Und deshalb sage ich einfach von hier aus, danke für eure Hilfe. Danke für eure Tipps. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und 5... 4... 3... See you later. Andock-Vorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Oder... Untertitelung des ZDF, 2020